Lektion 260 Ein Kurs in Wundern Kreuthu Verlag Ich will mich daran erinnern, dass Gott mich schuf. Vater, ich habe mich nicht selbst gemacht, obwohl ich in meinem Wahnsinn dachte, ich hätte es getan. Doch als dein Gedanke habe ich meine Quelle nicht verlassen und bin Teil dessen, der mich schuf, geblieben. Dein Sohn, mein Vater, ruft dich heute. Ich will mich daran erinnern, dass du mich erschaffen hast. Ich will mich an meine Identität erinnern und lass meine Sündenlosigkeit wieder vor Christi Schau erstehen, durch die ich heute auf meine Brüder und mich selbst schauen möchte. Jetzt ist unsere Quelle erinnert und in ihr finden wir endlich unsere wahre Identität. Heilig sind wir für wahr, weil unsere Quelle keine Sünde kennen kann. Und wir, die wir seine Söhne sind, sind einander gleich und ihm gleich. Ich will mich daran erinnern, dass Gott mich schuf. Gott auf, Gott auf, придet lade undủ Cause Untertitelung des ZDF, 2020